Oh man, ist das verpackt. Ich wollte gerade speichern und dann schlüsste es ab. Ich nehme den Partys nochmal neu auf. Das Problem ist, dass ich mir irgendeinen Spielstand aus dem Internet gezogen habe, der aber irgendwie nicht ganz mit meinem alten Spielstand kompatibel ist und das Ganze jetzt auf Englisch ist. Jetzt bin ich hier, genau hier bin ich richtig. Mich wundert, dass letztes Mal das Speichern geklappt hat. Dann gehe ich jetzt mal nach RealGamTower. Hier sieht man ihn, den RealGamTower. Schöne Kamerafahrt. Der Typ sagt, dass er mich erwartet, gut zu wissen. Ich gehe erstmal hier hinter, weil man dort heilen kann. Ich wechsle erst mein Team, weil ich das nochmal überarbeiten muss. Das wie cool kommt mit ins Team. Ich habe auch andere Pokémon jetzt und es sind alle legendären gefangen, ob man es kloppt oder nicht. Viprava hatte ich noch. Viprava gegen Visenior und dann hätte ich noch gerne Megani dabei gehabt. Vorausprinzip gegen Mediti. Jetzt geht es Richtung Kampf. Da hinten war übrigens auch ein Kampf, also gegen diesen älteren Herren, beziehungsweise nicht älteren Herren. Aber das wird man in dieser Folge noch sehen, denke ich. So geht es aber erstmal los gegen Meworbi. Ähm, du hast mich lange abhängen lassen. Du hast die Dinge in Pyritus für uns ruiniert. Aber wir werden dich nochmal verlieren. Spielt die Musik oder egal. Ja, das war sein Text ungefähr. Wie ist der, der Tanzkönig ist wieder mal da. Meworbi. In der deutschen Version hier ist ja D-Queen. Wahrscheinlich ist das für Dance-Queen oder so. Ich habe keine Ahnung. Achja, Surfer war ziemlich sinnlos hier. Jetzt geht man nur auf Ludicolo. Davon hat er sowieso zwei. Ach, Regentanz macht er trotzdem, okay. Schade. Ah, es reicht sogar. Und ja, jetzt kommt das andere Ludicolo. Shadow Ball ist natürlich schlecht für SP an. Jetzt hätte der Typ letztes Mal nicht eingesetzt. Machen wir nochmal das Gleiche. Ah, scheint nicht zu reichen. Sieht schlecht aus, wie die es sieht. Auch, 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 Auch. Ah, es reicht aber trotzdem. Gut. Gul'dag hat er letztes Mal als erstes eingesetzt. Gul'dag und... Gul'dag und 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 das andere da. Klapperlobes. Diesmal hat er... Ist er mit diesem... Mit dieser Flomel Weiterentwicklung gestartet. Deren Namen mir gerade nicht einfällt. Als Surfer und Return. Surfer ist natürlich auf Gold. Da geht es nicht so effektiv. Aber... Ach, er setzt auch Surfer an. Naja, trotzdem eigentlich ganz gut Schaden gemacht. Schade aber, dass SP an jetzt raus ist. Man kann schon mal ein Crypto Pokémon einsetzen. Alles zum Thema Crypto Pokémon. Den EP-Teiler sollte ich dann auch noch... Auch noch fair geben. Shadow Rush. Mehr kann das Teil ja grad noch nicht. Okay, das ist sehr schade. Okay, ich hoffe mal, das reicht. Aber ich denke nicht. Das reicht auf keinen Fall. Ja. Er hat doch noch eins, ne? Amaldo, genau. Amaldo Gestein Wasser, soweit ich weiß. Ähm. Mach ich nochmal Surfer. Mit Biss. Auf Goldag. Das müsste eigentlich Goldag... Müsste Goldag eigentlich rausnehmen. Weil Goldag die Psycho ist. Okay, nicht ganz aber... Was? Amaldo... Es reicht einfach für Amaldo. Ist es doch... Ach nee, das ist Gesteinkäfer. Genau, das ist Gesteinkäfer. Ich bin ein wunderbarer Tänzer, aber ich kann keine Kämpfe gewinnen. Genau. Äh, das funktioniert einfach nicht. Ich werde anerkennen, dass du mich besiegt hast. Okay, weil ich fertig bin, gebe ich dir das. Also, weil ich fertig bin. Ist natürlich anders gemeint, dass er es gesagt hat. Hallo? Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ich konnte mich gerade nicht bewegen, das würde ich sagen. Ich geh nochmal heilen. Okay. Meins sieht ja übrigens, dass ich ein paar Pokémon Meisterball gefangen hat. Äh, ja, ich hab gecheatert, weil ich keine Lust hatte, das normales nachzuspielen. Der Spielstand war ja natürlich nicht genau wie meiner. Musste ich noch... Ich musste ab... Also, ab diesem Venus-Kampf musste ich alles nachholen. So, ach ja, genau, der Kampf. Ich erinnere mich, ich hab letztes Mal Surfer gemacht und Psybin auf Dustox. Das ist ein Viper. Hat's nur für da gereicht? Ich weiß es nicht mehr. Ne, anscheinend nicht. Das ist höhere Panzer. Bringt ja noch recht wenig. Ey, der Typ hat ja nicht so viel zu bieten, also... Was ist mit meinem Controller eigentlich immer noch? Ich denk schon. Hm, na. Jupp, ich würde gerne heilen. So, das speed ich jetzt mal durch hier. So, das hab ich noch nicht gesehen, also hier wird nicht gespeedet. Also, man hat's schon gesehen in Part 26. Äh, Part 27 hab ich rausgelassen. Weil der über eine Stunde ging und... Ich hatte diesen Mount Battle gemacht, also... Dieses... Dieses Kampf-Ding, wo man halt so mehrere Leute hintereinander besiegt. Ähm, das hatte ich dann nach einer Stunde oder so abgebrochen. Ähm, du hast kein Glück mehr gegen mich. Ähm, dein Abenteuer ging lang genug. Oder so ähnlich. Und da hatte ich irgendwie eine Stunde oder so nur diesen Kampf-Turm gemacht. Und... Ich hab ziemlich viel Müll erzählt. Will ich nicht unbedingt hochladen. Ich mein... Es ist schon ziemlich... Äh, outdated, sag ich mal. Weil das Ganze schon... Schon... Ach nee, Surfer muss ich einsetzen. Weil das Ganze schon... Naja... Vier Monate her ist. Ach, das reicht direkt! Alles klar, das hat jetzt mal nicht gereicht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht gereicht hat. Ach ja, Erdbeben. Das war das... Sehr coole Move im letzten Kampf. Vielleicht passiert's ja wieder. Ja. Sei wie ein... Auf Claydol, glaub ich. Ach nein, auf Claydol! Das bringt doch überhaupt nix! Naja... Ging. Ne, du wirst jetzt ganz sicher keinen Solarstrahler einsetzen. Tschüss! Mach's mal so. Ach, Protect! Mist! Ich hab's ausgesehen auf das eingesetzt! Gut! Davor ist es ausgesehen? Ich weiß es nicht mal. Vielleicht hab ich's... Ich hab's auch mit Absicht gemacht und vergessen, dass ich's mit Absicht gemacht hab. Und jetzt hab ich's ausgesehen da drauf eingestellt. Ich hab Hunduster. Naja, ich werd's... Ich werd's wohl erzählen. Und zwar letztes Mal... ...hat jetzt ein Hunduster reingeschickt, aber genau in diesem Moment auch Erdbeben eingesetzt. Ja, Hunduster natürlich ziemlich sinnlos. Weil... ...ehh... 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 ...schwäche... ...und... ...tod... ...daraus folgten. Also... ...tod folgt daraus Schwäche. Warum verliere ich gegen diesen Punk? Keine Ahnung. Ähm... All die Zeiten, in der ich kämpfe, meinen... ...mein einzigen... ...verlierer... ...gingen gegen Meister Neskuma... ...und mich. ...und dich. Jetzt nimm das. Ist das dein Passport zum Schrecken und... ...das Pair. Was auch mal das ist. Na, als zurückdenken... ...denkst... ...zurückkehren... ...denkst... ...dann nimm das... ...gehe nach Hause zur Mami. Darf ich mich bewegen? Danke. Diesmal hab ich sogar alles ein bisschen schneller hinbekommen als letztes Mal. Part geht jetzt erst elf Minuten oder so. Diesmal werde ich auch... ...hoffentlich... ...speichern können, ohne dass... ...das... ...das Spiel sich aufhängt. Wenn ich schon mal dabei bin... Ach ne... ...im Part speichern, das ist so ein ganz gefährliches Ding. Wenn der Part dann verloren geht oder so... ...das ist Müll. Das sollte man... ...vermeiden. Also... Ähm... ...habe ich grad geheilt? Ich glaub schon. Wo geht's jetzt hin? Okay, hier muss ich natürlich noch so ein paar Kryptoknechte besiegen. Möchtest du durch diese Tür... ...Tür hindurch? Ja, würde ich schon ganz gerne. Hm? Ich denke da ist... ...ein Daredevil in dir. Keine Ahnung, was ein Daredevil ist. Oder Daredevil? Keine Ahnung. Ich... ...weiß es nicht. Äh, meine Englischkünste sind auch... ...noch nicht wirklich fortgeschritten, also... Ist ja die Frage, ob's direkt besiegt wird. Ich mach mal Surfer. Ich könnte ja auch einfach hier Meisterball einsetzen, ne? Hab ich noch. Ich hab 84 Stück. Naja, okay. Ach, ich hab Angst. Mach ich mal so. Hm, das dürfte nix besiegen hier, das... ...surf aufs... Ah, da mach ich mir... ...da mach ich mir Sorgen, genau. Einfach drauf werfen wir jetzt hier. Ich mach hier... Äh, ich mach... ...nach mal Surfer und... ... Return of Gloom. Da müsste Surfer doppelt zu viel abziehen und... ...Gloom besiegt sein, genau. Jumpluff. 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 Ja. Jumpluff. 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 3. Perfekt. Ich beschwör mich nicht. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es einer Wolpe-Belle? Genau. Das soll ja nicht mal Wolpe sein, sonst stinkt mal Löwenzahn, oder? Gut. Das wird dann im nächsten Zug geschafft. Jaja, Chumpluff. Chumpluff will noch Welle machen, aber es wird nix. Was? Du meinst ich hab verloren? Warum? Jupp, du hast verloren. Und auch dieser Part ist jetzt vorbei. Ich würde nur sagen, das war's dann. Ich geh's noch schnell heilen und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.